So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben gerade noch Chill mit Ramses gestreamt im Zangels Chili Buden Special mit sieben Adventskalender Türchen. Super genialen Videos, 111 Wege, eine Bierflasche zu öffnen, dann Bier-Tasting mit Bestrafung, super Rate-Quiz. Das hat richtig Spaß gemacht, der Chat hat mitgemacht, richtig genial. Und ja, wir sind jetzt hier, denn um 22 Uhr am Montag, jetzt wurden schon wieder News veröffentlicht. Für das Weihnachts-Event, was jetzt bald losgeht, Teil 1. Und viele haben sich schon gefragt, es gibt ja eine Arctip-Spotlight-Stunde dann nächste Woche Dienstag. Und da war irgendwo mal ein Shiny-Zeichen dran, aber das gibt es doch gar nicht als Shiny. Hä, wie kann das denn sein? Mein Gedanke war natürlich, wenn vorher das Weihnachts-Event startet, wird vielleicht Arctip als Shiny eingeführt. Und deswegen kann es dann natürlich auch in der Spotlight-Stunde Shiny sein. Jetzt sind die News da, wir feiern die Ankunft von schillernden Arctip, Mega-Fernondor und weiteren Pokémon im Pokémon GO. Am Donnerstag ist der Raid-Boss-Wechsel auf Kobalium. Terrakium geht weg, Kobalium kommt rein. Da versuche ich wieder, den ersten Kobalium, den ich sehe, zu posten, im Community-Tab vor Ort Video zu machen, als Community-Raid hochzuladen. Und den ersten Mega-Fernondor, den ich sehe, auch im Community-Raid am Donnerstag zu raiden, mit euch zusammen zehn Leute einzuladen. Also zwei Videos am Donnerstag, wenn das alles passt. Normal hätte ich am Donnerstagabend, 18 Uhr, dann Mega-Fernondor-Rades für Zuschauer gemacht, dass ihr euch auch gleich die Energie holen könnt, jetzt wo der frisch und saftig ist. Aber durch das 7 vs. Wild-Projekt, wo wir zwei Folgen gucken, wird das nix. Wer Mega-Fernondor aber braucht, hat erstmal Zeit, sich selbst zu kümmern, die Raid-Gruppe zu nutzen, alleine klar zu kommen. Oder spätestens am Sonntag, 10 bis 13 Uhr, die Möglichkeit, Raids für Zuschauer zu machen mit Kobalium oder Mega-Fernondor. Das möchte ich jetzt auch gleich schon mal ankündigen. Am Sonntag wird es Raids für Zuschauer geben. Ich lade zu Kobalium ein, Thomas lädt zu Mega-Fernondor ein. Also wer da Hilfe braucht oder ein Raid für die Energie, kommt am Sonntag rein, 10 bis 13 Uhr, weil ab 14 Uhr ist dann der Sea-Day. Vielleicht auch bis 13.30 Uhr, mal 10. So, das ist erstmal so der Ablauf. Aber, schillernder Arktipp, woher? Guckt mal uns mal an. Trainer, die Zeit der Freude beginnt für euch und eure Pokémon. Ihr könnt euch auf neue und bekannte Pokémon freuen und mit brandneuen Avatar-Artikeln und Posen modisch in den Winter starten. Macht mit beim ersten Teil des zweiteiligen Winterfeiertage-Events in Pokémon GO. Winterfeiertage Teil 1. Donnerstag, der 15. Dezember, 10 Uhr, bis Freitag, den 23. 10 Uhr. Dann fängt Teil 2 an. Also ihr habt jetzt Donnerstag bis Freitag, das ist nicht ein Tag, das ist im Prinzip eine Woche, was der Freitag danach ist. Mega-Fernondor erscheint zum ersten Mal. Kann natürlich wie alle anderen Mega-Raids, die kamen, shiny sein beim Fangen dann. Ihr fangt nicht das Mega-Fernondor, das schrumpft dann. Ihr fangt ein normales Fernondor, das kann shiny sein. Ihr könnt also ein altes Fernondor, was ihr habt, Mega entwickeln dann. Ihr solltet mit einem Raid eigentlich genügend Energie kriegen, um ein Fernondor Mega zu entwickeln, was ihr dann immer wieder Mega entwickelt, mal wenn die Zeit abgeklungen ist. Ein Raid reicht also eigentlich, außer man will sich ein bisschen Energie sammeln oder man hat noch kein Gutes, möchte noch ein Gutes bekommen oder einem fehlt das shiny, man möchte ein shiny bekommen, aber normal holt man sich das shiny ja über Schnäppke, entwickelt dann durch, das ist auf jeden Fall günstiger. Schnäppke gibt es eigentlich auch immer in den Wintermonaten als wildes Pokémon. Also Mega für Nondor kommt, ich freue mich drauf, habe ich wieder eins, was ich dann auf Mega-Level-3-Stufe bringen kann. Während des Events wird es Boni geben, 50% mehr Erfahrungspunkte für gewonnene Raid-Kämpfe. Also auch ohne Glücksei kriegt ihr dann... Da steht nicht doppelte Erfahrungspunkte, sondern 50% mehr. Ja, das heißt, ihr kriegt nicht 10.000, sondern 15.000 für einen legendären Raid. Wirdet mit Glücksei also nicht 20.000, sondern 30.000 kriegen. Finde ich jetzt richtig? Ja, gut. Bis zum Ende des Events könnt ihr bis zu 40 Geschenke im Beutel aufbewahren. Wir können 40 Geschenke öffnen während der ganzen Saison. Können 125 verschicken, glaube ich. Oder 120, 125, 40 öffnen. Und statt 20 im Beutel können wir jetzt also 40 im Beutel aufbewahren. Und das sind die ganzen Event-Boni. Hm. Ist jetzt nicht so krass. Ich hätte mir was mit Sternstaub noch gewünscht, aber vielleicht kommt das ja im zweiten Teil noch. Dann, was richtig genial ist, eine befristete Forschung. Da freuen sich die meisten bestimmt drauf. Eine befristete Forschung wird es geben für 5 US-Dollar. Die haben es aber auch in letzter Zeit. Eine, ein Ticket nach dem anderen wird plötzlich rausgehauen. Für 5 US-Dollar könnt ihr während des Events an einer befristeten Forschung teilnehmen. Schließt die Aufgaben ab, um eine Event-Avatar-Pose zu erhalten. Weiterhin warten folgende Belohnungen für die befristete Forschung auf euch. Zwei Brutmaschinen, ein Rauch, Mega-Energie für Rex-Blizzard, Begegnungen mit unterschiedlichen Event-Pokémon. Rauch habe ich immer noch über 300 auf der Hand. Ist jetzt nicht unbedingt so das Wichtigste. Brutmaschinen sind schon okay, aber sich für 5 Euro, also für 5 Dollar, zwei Brutmaschinen zu kaufen, ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Man steht hier bis jetzt noch nichts weiter da. Ich denke mal, wenn ihr Fanatiker seid und alles haben wollt, holt es euch. Nicht wegen der Pose, ansonsten, die Pose ist hier unten ja gezeigt. Das wird die Pose sein, wie die halt dann ein Geschenk haben und da rumwerfen und sich freuen und es jedes Mal wieder von 9 losgeht. Wie findet ihr die Pose? Gut, schlecht, ja? Mir wäre es das jetzt nicht unbedingt wert. Wenn jemand mir das Ticket schenken möchte, möchte ich euch das davon nicht abhalten. Dann macht es, dann kann ich das auch bei Raider Mittwoch mit reinzeigen. Müsst ihr nicht? Es sieht nicht aus, als wäre das überlebensnotwendig, ja? Wichtig, die befristete Forschung läuft nicht unbegrenzt. Ihr müsst vor Samstag, dem 31. Dezember, die Aufgaben abgeschlossen haben. Ihr könnt Tickets erwerben und an Freunde in Pokémon Go verschenken, mit denen ihr mindestens Stufe 2 erreicht habt. Ticketkäufe, auch wenn es sich um Tickets für andere Trainer handelt, können nicht erstattet werden. Auch Einkaufen mit Pokémon-Münzen ist nicht möglich. Das ist also dasselbe wie die ganze Zeit. Ihr könnt euch eins kaufen mit Echtgeld, was ihr dann halt über euer Google-Guthaben oder über euer App-Store-Guthaben irgendwas bezahlt. Ihr könnt jemand anderes ein Ticket schenken. Die Leute freuen sich. Ja, man soll sich gegenseitig beschenken, aber ob das jetzt das ist, was man braucht, ich weiß es nicht. Das Ticket für die befristete Forschung ist nur vom 15. bis zum 30. Dezember erhältlich. Also zum Start des Events bis zum 30. Dezember 20 Uhr. Aber man muss bis 31. Dezember 20 Uhr das abgeschlossen haben. Schafft man es also an einem Tag, wenn man am 30. Abends sich das Ticket kauft, bis zum 31. Abends alles abzuschließen? Wahrscheinlich. Weil es wird wahrscheinlich nichts Besonderes sein und sich halt im Prinzip nur um die Pose drehen, dass ihr für 5 Euro euch die Pose kauft. Wilde Pokémon. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger. Darüber hinaus könnt ihr mit etwas Glück zum ersten Mal schillernden Arktipp in Pokémon Go begegnen. Wir haben das Pikachu im Winter-Karneval-Outfit. Ich hoffe, das ist das, was schon mal da war. Wir haben Quiekel, Botogil, Schnäppke. Ich sag ja, holt euch Schnäppke wegen dem Shiny. Macht keine Fernanda-Rates für das Shiny. Seemobs mit Festtags-Outfit, Schneebedeck. Petsneef Arktipp. Alle können Shiny sein. Gelatini, die Eistüte, kann auch nicht Shiny sein. Gelatini ist auf jeden Fall sehr selten. Also ich würde mir Gelatini-Bonbons holen, damit ihr das mal durchentwickeln könnt, falls ihr da noch nicht alle Einträge habt. Ansonsten, ja, Pikachu für die Sammlung. Ihr müsst jedes Pikachu unbedingt mit Kostüm haben, auch mit Shiny und so. Quiekel, richtig genial. Farmt Quiekel-Bonbons. Bonbons? Farmt Quiekel auf jeden Fall. Ihr braucht das. Mammut-Tel ist so ein guter Eisangreifer. Selbst wenn ihr ein Krypto habt oder so, nehmen die Bom-Bombs davon und pusht das einfach. Brutogil, kann nix, Schnäppke. Ja, vielleicht für die Mega-Entwicklung dann auch ein bisschen was sammeln. Seemobs, Schneebedeck, Mega-Rex-Blizzard, Petsneev, Sevaro. Das sind eigentlich coole Spawns, wenn man sich das so betrachtet. Mit etwas Glück begegnet ihr auch Alola-Wulpix, Damia-Plex mit Festtags-Outfit und Frigometri. Frigometri auch ein Pokémon, was eigentlich recht selten ist und wohl nur in den Wintermonaten vorkommt. Wer das noch nicht hat, gönnt es euch. Damia-Plex mit dem Feiertags-Outfit passt auch wunderbar da dazu. Kann natürlich auch Shiny sein. Alola-Wulpix wurden wir, glaube ich, überrennt die ganze letzte Zeit. Ich werde auf Arctip-Suche gehen. Vielleicht noch Quiekel-Bonbons-Farm. Der Rest haut mich jetzt nicht vom Sockel, aber ist trotzdem irgendwie cool, aber für mich uninteressant. Was ist euer Favorit davon? Schreibt es mal rein. Dann haben wir natürlich wieder Eier. Aus den 7-Kilometer-Eiern haben wir Sneebel, Kusilla, Arctip als Shinies und auch Amarino-Krabox. Krabox konnte man ja die ganze Zeit jetzt wild, selten wild antreffen. Gibt es jetzt in 7-Kilometer-Eiern zusammen mit Amarino. Rest müsste man haben. Sneebel ist Shiny, meistens eh erhöht. Wir haben hier Raid-Kämpfe da mit Pikachu, Alola-Wulpix, Seemobs, Arctip und Galaflampion. Wir haben letztes Jahr Weihnachten Galaflampion-Raids für Zuschauer gemacht. Ich selber habe immer mitgeradet auf der Suche nach dem Shiny-Galaflampion. Habe dann zwei Stück oder so bekommen. Das war richtig genial. Das hat mega Spaß gemacht. Dieses Mal werde ich wahrscheinlich keine Zeit haben, Galaflampion-Raids für Zuschauer zu machen. Wir konzentrieren uns da auf die anderen Sachen. Wäre aber das einzigste, was vielleicht interessant wäre, in den einer Raids. Raids ist Stufe 3. Austos, Labras, Darmier-Plex, Glaciola. Austos kann nicht Shiny sein im Raid. Labras kann Shiny sein. Hatte auch sein Raid-Day damals. Darmier-Plex gibt es ja auch. Wild würde ich ja auch nicht. Aber Glaciola mit Underwasser-Feiertags-Outfit. Ich hoffe, das ist auch das, was schon mal da war. Was man raiden musste, um es Shiny zu kriegen. Mit diesem Kostüm. Für euch also interessant Galaflampion und Glaciola mit Kostümen in den Raids. Für die Shiny-Jäger. Für mich nicht. Ich habe das alles schon. Und ansonsten habt ihr immer noch die Wahl zwischen Cobaldium im Fünfer-Raid oder Mega für Nondor im Mega-Raid. Cobaldium habe ich 200-prozentige. Ich brauche ein paar XL, um das hochzuziehen. Das wird sehr interessant. Da werde ich am Sonntag auch mitmachen bei Raids für Zuschauer. Mega-Raids für Nondor. Wie gesagt, werde ich zwei Raids machen. Dass ich ein männliches und ein weibliches entwickeln kann. Und ja. Und dann waren das auch die Raids. Cobaldium beherrscht immer noch Sanctoklinge. Wenn ihr das also während der Event-Zeit fangt. Bis zum 23. Dezember. Pokémon bei Feldforschungen stehen hier noch dabei. Auch Pikachu, Alola, Wulpix, Jorob, Mushas, Rosana, Damien, Black, Seemops, Krabox, Sneebel, Glaciola. Mushas ist ganz cool. Gibt auch mehr Staub. Und ich soll die ganze Zeit schon Austausch hochpushen. Bräuchte also eigentlich Mushas, Bonbons und XL, um da mal was zu machen. Schließt bestimmende Aufgaben ab, um Mega-Energie für folgende Pokémon zu erhalten. Rexblizzard. Avatar-Artikel und Sticker. Die folgenden neuen Avatar-Artikel sind während des Events und danach im In-Game-Shop erhältlich. Ihr könnt außerdem Event-Sticker von Pogestops und aus Geschenken erhalten oder im In-Game-Shop erwerben. Feiertags-Pyjama-Top. Man sieht einfach nichts. Feiertags-Pyjama-Hose. Feiertags-Schlappen. Schenkende Pose. Feiertags-Zipfelmütze. Feiertags-Bart. Feiertags-Anzug. Und jetzt kommt ein Bild. Da ist alles drauf vereint. Und ich muss sagen, dieses Bild ist halt einfach echt irgendwie pervers. Er liegt hier in so einer Pose. Sie hier so auch. Als würde er sie gerade ankrabbeln wollen. Und dann kommt das, was nicht im Entferntesten aussieht wie ein Weihnachtsmann und irgendwie auch weiblich wirkt durch die Augen. Einfach hier. Ey, was macht ihr denn da? Jo. Was? Ich hab sie nicht berührt. Ich schwöre bei allem. Ah, ja, Bruder. Und mit Schlappen. Rennt man so zu Hause rum? Werdet ihr euch festlich kleiden? Schreibt es mal in die Kommentare. Ihr habt ja hier dieses... Guck mal, diese Karo-Hose ist eigentlich ganz fett. Aber er, der Junge natürlich. Der Junge im gestreiften Pyjama. Wer verkleidet sich als Weihnachtsmann? Ich glaube, wir müssen uns als Weihnachtsmann verkleiden mit Bart und allem drum und dran. Also das Bild hat irgendwie was Besonderes. Schneidet es euch aus. Druckt es euch aus. Hängt es euch an die Wand. Ich weiß gar nicht, was ich als Thumbnail nehmen soll. Eigentlich müsste man das nehmen, weil das hier oben ist. Aber das sieht man nur für Nondor. Ich glaube, ich werde als Thumbnail sogar einfach dieses perverse Bild nehmen, wo die hier auf der Decke rum sich rumbeizen. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Schreibt mal rein. Auf was freut ihr euch? Wie findet ihr das Weihnachtsevent? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.